Was wollen Kunden wirklich? Vielleicht die Frage der Fragen, wenn man Unternehmer ist. Diskutiert wurde sie beim Empfang der Westerwälder Wirtschaft. Ausgerichtet von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis und vielen Partnern. Und wenn einer eine Antwort auf diese Frage hat, dann Prof. Dr. Martin Fasnacht. Wenn man sich überlegt, wer mehr Einfluss hat, Unternehmen auf Kunden oder Kunden auf Unternehmen, ist die Antwort ganz einfach. Kunden auf Unternehmen. Kunden sind Mächter geworden. Also müssen sich Unternehmen mit Bedürfnissen, Wünschen von Kunden beschäftigen. Sie müssen Kunden verstehen und die gesamte Unternehmen vom Kunden her auf den Kunden hinführen. Kunden möchten es extrem einfach haben. Erstens Bequemlichkeit, Convenience. Zweitens Kunden werden schnell an ihren Bedürfnissen. Es geht also um fast consumption im konzeptionellen Sinne. Und Kunden werden ungeduldiger. Seien sie relevant im Leben der Kunden. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder den Westerwälder Wirtschaftsempfang ausrichten konnten. Nach den Begrüßungen, Vorstellungen, Unternehmen und einem Vortrag ist immer das Ziel, dass die Wirtschaftsleute miteinander ins Gespräch kommen können, sich Austausche finden, sie Verabredungen treffen können. Das ist das Wichtige, das ist der Kern des Wirtschaftsempfangs. Das ist das Wichtige. 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 Untertitelung des ZDF, 2020